Ja, müssten wir sein, Micha. Warte, ich schalte mal rum und zack, da sind wir. Guten Abend, Leute. Hallo. Hi, wir sind noch nicht live. Nur für euch. Nur für euch im ersten Moment, genau. Direkt mal die Frage da draußen, wie sieht es vom Sound, vom Ton her aus? Könnt ihr mal bitte kurz ein Feedback wiedergeben? Das wäre äußerst wünschenswert, denn wir haben gerade so eine kleine Kommunikationsschwierigkeit gehabt. Alles top. Ton ist gut. Sehr, sehr gut. Dann mache ich mich jetzt stumm, dann kannst du starten. Genau, dann wie immer, kleines Intro, jetzt gleich Aufnahme auch für den Podcast und dann sehen wir uns in circa 30 Sekunden, liebe Leute. Bis gleich. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge 1902 mit Micha und Stefan nach dem 2 zu 3 unserer Zebras gegen die bissigen Löwen aus München von der Grünwalder Straße. Und wenn dies nicht Grund genug wäre, wollen wir natürlich wie gewohnt über das Zebra of the Week, die Spielnote und Sieg oder Gino sprechen. Aber bevor, und das kann ich natürlich wie immer nicht alleine tun und ich sagte ja auch gerade, das müssen wir, Bevor wir damit starten, begrüße ich das fünfte Mitglied der Backstreet Boys, der jeden Samstagabend um keine heiße Sohle verlegen erscheint. Und ich weiß nicht, ob er weiß, was ich damit meine, aber ich sage erstmal schönen guten Abend nach Schermbeck. Hi, ins Loft. Zum Micha, guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Was du mit dem fünften Backstreet Boy meinst, kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht hilfst du mir kurz. Das war sogar fast eher auf die heiße Sohle bezogen, denn du hast mir ja nochmal ein kleines Video zukommen lassen. Das waren natürlich jetzt nicht im ersten Moment die Backstreet Boys, aber es ging ja glaube ich um Herz Nummer hier oder irgendwie sowas, ne? Ja, also zur Erklärung, ich habe gestern Abend die letzte Tanzveranstaltung dieses Jahres moderiert und habe dann einen Wiener Walzer gespielt und konnte es mir nicht nehmen lassen, natürlich das Duisbüro. Duisbüro zu nutzen und habe dann bestimmt, dadurch, dass die Tanzstudie in Dorsten ist, zahlreiche Schalker zum Duisbüro-Lied tanzen lassen. Das war ganz nett. Ja, Stefan, das Intro wird heute ein, zwei Minütchen länger bei mir. Vielleicht erzählst du erstmal was über dein Wochenende. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich hatte, mein Wochenende fing am Freitagabend an mit unserer Weihnachtsfeier von der Arbeit und dort waren wir im Signal Iduna Park zu Gast. Also für den einen oder anderen, der jetzt abschaltet und sagt, ey, mit Dortmund habe ich hier gar nichts an der Brause. Kann ich nichts für, ging nicht auf meine Kappe, war trotzdem ganz nett. Und so eine Stadion-Tour ist ja immer was Schönes, plus Catering dort vor Ort. Und ich kann leider nur sagen, da würde ich dem Catering des BVBs auf jeden Fall mal eine glatte Eins geben, plus natürlich dann auch besseres Essen und besseres Bier auf gar keinen Fall. Versteht mich da nicht falsch. Aber besseres Essen als bei dem einen oder anderen Verein. Ihr wisst, was ich meine. Und war ganz nett. Dann haben wir gestern noch einen Weihnachtsmarkt unter 2G-Auflagen besucht und heute das Ganze entspannt ausklingen lassen. Denn Micha, du weißt es ja, werden wir auch gleich ganz zum Schluss in der Sendung, denke ich mal, verkünden. Ich packe jetzt meine Koffer und bin erstmal weg. Ja, falls ich das nachher vergessen sollte, ich mache es mal jetzt schon mal. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Urlaub, einen erholsamen Urlaub. Gehabt euch wohl. Ja, mein Wochenende. Ich muss mal ganz vorne anfangen und ich, also, das Duisburg-Spiel am Samstag, keine Frage, besprechen wir gleich. Gestern Abend hatte ich, wie gesagt, die letzte Veranstaltung. Ich habe mich dazu entschieden, sämtliche Veranstaltungen im Dezember zu streichen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, also schon ein bisschen mal wieder, ja. Also die ganze Situation macht mir da mein Weihnachtsgeschäft komplett kaputt. Also es ist eine Katastrophe gerade, deswegen habe ich da schon mal eine schlechte Laune gehabt, gestern Abend. So, dann habe ich heute einen ganz normalen Arbeitstag gehabt und dann hatte ich gerade eine Aufnahme mit Wimpel tauscht. Und da möchte ich ganz kurz drüber sprechen. Und zwar hatten der Alex und ich den Andi Gierchen zu Gast. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, ihn werdet ihr vielleicht noch kennen in der Saison 91-92 und in der Saison 92-93 bei uns, beim MSV. Aber vorher acht Jahre bei den Kölnern und der hat ein Aktionsleben gerufen dieses Jahr, über die ich ganz kurz sprechen muss, auch wenn es um Köln im weitesten Sinne geht. Und zwar ist am 17. November vor vier Tagen, vor 30 Jahren, Maurice Banach, Muki Banach, dem einen oder anderen von euch vielleicht noch ein Begriff, absoluter Megastürmer im Begriff Nationalstürmer zu werden, auf dem Weg zum Training wirklich verunglückt. Und 30 Jahre später hat sich herausgestellt, dass damals so ziemlich viel falsch gelaufen ist. Ja, also ganz, ganz viel falsch gelaufen in der Organisation hinterher. Ich fasse es mal ganz, ganz schnell zusammen. Ansonsten hört euch bitte gerne ab Mittwoch die Folge Wimpeltausch mit Andi Gierchen an, überall dann, wo es uns auch gibt, hier von den Potpollzern. Also Pflichtversicherung für alle Spieler. Das bedeutet im Todesfall 500.000 Euro, Entschuldigung, 500.000 Mark für den Verein, weil neue Spieler verpflichtet werden müssen. Und 500.000 Mark für die Hinterbliebenen, das war so eine geteilte Versicherung. Und der damalige Geschäftsführer vom 1. FC Köln hat der trauernden Witwe Claudia Banach gesagt, pass mal auf, jetzt mal in die Tüte gesprochen, unterschreib mal hier für 250.000 Mark, denn wir müssen uns einen neuen Stürmer kaufen, aber du kannst dir ja keinen neuen Mann kaufen. Und wenn du das nicht unterschreibst, kannst du dir lange auf dein Geld warten. Dementsprechend, da gab es so eine andere Geschichte, die im Detail jetzt zu lange dauert, dementsprechend, es waren am Ende 150.000 Euro umgerechnet, 300.000 Mark, um die die Witwe betrogen wurde. Und Andi Gierchen, unser ehemaliger Innenverteidiger neben Alfred Nahüs, hat sich dann dem angenommen und hat gesagt, das geht so nicht und hat ein Tribute-Trikot ins Leben gerufen, hat das produzieren lassen auf Bestellung, und zwar ein Mucki-Bannach-Gedächtnistrikot. 50 Euro kostet das Ding und der gesamte Gewinn geht an die Frau Bannach, der im Großziehen ihrer beiden Söhne, der eine war damals drei Jahre alt, der andere ein Jahr alt, und ihr fehlten circa 1.000 Mark monatlich im Aufziehen ihrer Söhne und sie musste abends noch zusätzlich putzen gehen, damit sie ihre Söhne groß kriegt, nur damit der 1. FC Köln da irgendwie ein bisschen mehr Geld durch den Tod verdient hat, ihres Ehemanns. Und dieses Trikot ist inzwischen, es wird in China produziert, deswegen gibt es da im Moment aufgrund von Corona und Suez-Kanal-Problemen tierische Lieferschwierigkeiten. Trotzdem ist dieses Trikot nur noch bis Ende des Jahres bestellbar, und zwar auf bolzplatzlegenden.de slash mucki, mucki für Maurice Bannach. Ich habe mit Köln überhaupt nichts an der Brause und Moritz Stoppking solche Kommentare wie Scheiß FC, kannst du dir in dem Zusammenhang hier mal wirklich klemmen? Es geht hier nicht um Köln. Achso, ah, ich verstehe, du meinst, ah, okay, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, du meinst, das, was sie damals getan haben. Okay, sorry, ich habe dich missinterpretiert, Moritz. Der Geschäftsführer von damals ist längst nicht mehr im Amt, ja. Alex und ich, mit dem ich das zusammen mache, den Wimpeltausch-Podcast, wir haben gerade on-air auch gesagt, wir werden uns beide ein Trikot bestellen, auch wenn jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nur wirklich gar nichts mit Köln an der Brause. Und es geht hier auch nicht um die Unterstützung vom 1. FC Köln, sondern um die Wildwehr. Also, wenn ihr Lust habt, ein bisschen was Gutes zu tun, vielleicht kann man so ein Trikot auch verschenken an jemanden, der ein bisschen mehr Zugang zu Köln hat, geht mal auf die Internetseite und schaut es euch mal an. Ja, äh, Punkt. Punkt. Schlimme Geschichte und deswegen muss ich erstmal gleich wieder auf Stimmung kommen. Ja, Stefan, das ist mein Wochenende und jetzt reden wir über den SV. Ich weiß nicht, ob du gleich auf Stimmung kommst. Naja, eben. Das ist natürlich gleich währenddessen, ich hier gleich noch immer so ein kleines Knacken im Ohr habe, aber schauen wir mal, wie das hier durchkommt. Ansonsten liegt es mal wieder an meinen Kopfhörern, wird sich aber in den nächsten Wochen auch noch was tun. Ja, Micha. Achso, eine Sache noch, ganz kurz, sorry, ganz kurz noch, um das zu vervollständigen. Die aktuelle Vereinsführung vom FC hat, nachdem sie von der Trikotaktion von Andi Giechen Wind bekommen hat, gesagt, hat Frau Banach eingeladen und hat dann ein Abschiedsspiel für nächstes Jahr Juni in den Raum gestellt und gesagt, Frau Banach bekommt sämtliche Einnahmen dieses Abschiedsspiels. Also die aktuelle Vereinsführung vom FC hat dann reagiert auf die super Aktion von Andi Giechen. Sorry, damit bin ich auch durch damit. Ich glaube, den Worten kann man sich natürlich nur anschließen und ja, Ehre, wem Ehre gebührt und tolle Aktion. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Versuchen wir mal trotzdem irgendwie jetzt diesen Spagat zu schaffen, denn ich habe mir wieder drei Punkte aufgeschrieben, die du jetzt hier netterweise mal einfach... Drei Punkte. Ja, nicht die drei Punkte, die hätte ich natürlich lieber gehabt, aber in dem Fall drei andere Punkte, die du jetzt einfach mal nach Punkt, Punkt, Punkt weiter ausführst und beantwortest. Das Ganze bitte nach wie vor immer kurz und knackig. Der MSV hat ein Problem, Punkt, Punkt, Punkt. In der Kette. Vincent Gembalis ist laut meiner ersten Zehn-Minuten-Analyse als Rechtsverteidiger, Punkt, Punkt, Punkt. Eine gute Idee gewesen. Darmstadt und Aue, ich kann es dir leider nicht ersparen, der Klassiker, der wird jetzt hier jede Woche kommen, das ist eine neue Kategorie und nennt sich bei uns Darmstadt und Aue, Punkt, Punkt, Punkt. Zeigen, dass es mit den Trainern funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn Darmstadt die Corona-Kacke nicht gehabt hätte am Anfang der Saison, dann wären die jetzt schon ganz woanders. Sie sind jetzt ganz oben und ich habe es schon bei Twitter auch mal geschrieben, wenn Thorsten Lieberknecht in der Rückrunde auch einen Plan B hat, dann werden sie aufsteigen. Ja, soweit zu diesen Themen und wir sehen ja hier gerade unseren wunderbaren Ticker. Wir haben also nach wie vor wieder einiges im Gepäck, nachdem wir letzte Woche... Stefan, darf ich den Satz mit Gembalis auch noch fortführen? Ich musste ja kurz antworten. Ja, aber auf ihn kommen wir ja mit Sicherheit. Das ist gemein, jetzt denken die Leute, ich fand den gut. Ja, komm, jetzt rette ich auch nicht raus, ansonsten lese ich gleich deine Nachricht hier vor. Nein, Quatsch. Nachdem wir letzte Woche halt also nicht dabei waren, sondern wir uns dort vor Ort in Sonsbeck rumgetrieben haben, der MSV 3 zu 0 in der letzten Woche erfolgreich, zumindest im Niederrhein-Pokal, sollte ja ein bisschen Auftrieb geben. Und ihr seht schon, wir haben natürlich wieder einiges im Gepäck, unter anderem hier im Ticker, dass wir natürlich als erstes jetzt über das Spiel sprechen wollen. Der MSV war also zu Gast an der Grünwalder Straße, 1860 München, 20.11., 14 Uhr. Ich war letzte Woche Montag in der Preview bei den Kollegen der 60er zu Gast, habe mal ein bisschen über den MSV gequatscht und da haben wir einfach sehr, sehr festgestellt, oh, oder die Kollegen haben besser gesagt festgestellt, der Sander, der labert ja ein bisschen viel. Und da gehen uns die 40 Minuten, die gehen uns ja richtig schnell vom Stock. Und war eine tolle Geschichte, schöne Grüße auch an die Kollegen dort. Hat Spaß gemacht. Im Endeffekt ist meine Voraussagung nicht so eingetroffen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe tatsächlich übrigens, ich habe es mir angehört, Stefan, ich fand, du hast das sehr gut gemacht. Und ich fand die Analyse des, ich sage mal, Zahlen-Jongleurs von 60, also ich glaube nicht, dass er die Spiele gesehen hat, denn ich glaube, er hat sich die Zahlen herbeigeholt und hat dann die Spielweise des MSV aufgrund dieser Zahlen analysiert. Da habe ich gedacht, da kriegst du jetzt noch Zeit, aber dann war die Sendung vorbei. Genau das ist das Problem. Also wenn du dort natürlich zu Gast bist, grätschst du jetzt nicht in jeden Punkt rein, um ihn jetzt nicht auflaufen zu lassen vor seinem Publikum. Und auf der anderen Seite fehlte einfach zum Ende hin einfach komplett die Zeit. Also natürlich hätte ich noch das eine oder andere korrigiert oder richtiger gestellt. Ging aber in dem Fall nicht. Ich habe es in deinem Blick gesehen. Ja, ging in dem Fall nicht. Und ja, die Jungs sind auch gut dabei, sind cool drauf. Von daher passt das schon so. Ja, trotzdem, schöne Idee, dich da einzuladen. Genau, genau. Ja, Micha, wir sehen es hier gerade. Grünwalder Straße bringt ja auch so ein bisschen Historie mit. Und jetzt hatten wir gestern vor dem Spiel das Thema bei Magenta Sport auch. Das wird wahrscheinlich jetzt auch bis auf Weiteres erstmal das letzte Spiel sein, das zumindest so eine Auslastung gerade im Freistaat Bayern aufweisen darf. Wie, du hast es jetzt gerade schon im Intro anklingen lassen, wie bitter ist das Ganze und oder sagt man ganz einfach Arschlecken, der MSV hat jetzt da gespielt. Da waren wenigstens noch ein paar hundert mit. Aber ich glaube mal so einen Satz vielleicht zumindest zur generellen Situation, weil jetzt haben wir dann natürlich anderthalb Jahre mit der Situation zu kämpfen oder mehr als anderthalb Jahre schon. Und jetzt haben wir das Thema natürlich in den letzten zwölf Monaten eigentlich so gut wie gar nicht mehr angesprochen. Aber nachdem jetzt alle dachten, man ist jetzt über so einen Berg, geht das ja jetzt im Prinzip wieder von vorne los. Und welche Auswirkungen das zum Beispiel auch auf zukünftige Heimspiele wieder hat, wissen wir ja auch noch nicht. Ich finde es, um ehrlich zu sein, aus meiner Sicht ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, denn ich habe als Selbstständiger ganz andere Sorgen, um die es mir bei Corona geht. Ich sage es mir so, wenn ich nur die Sorge Stadion hätte, dann würde es mich ankotzen. Dann würde es mich ankotzen, dass ich den MSV schon wieder nicht sehen darf. Ich weiß aber, dass es tatsächlich hier nur in Anführungsstrichen um unsere Freizeit geht. Und für den MSV finde ich es sehr schade, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr viel besser Fußball spielen mit Fans. Und das haben wir ja auch anhand der Statistik, kann man es wunderbar ablesen. Der Rasen ist genauso grün, genauso groß, egal wo du spielst, aber zu Hause machen wir die Punkte und auswärts verlieren wir sieben von acht Spielen. Deswegen finde ich es für die sportliche Situation des MSV sehr, sehr tragisch, kann es aber absolut nachvollziehen. Und ich habe es auch schon mal sehr, sehr deutlich bei Twitter gemacht. Die Optionen, die wir jetzt haben, die sind relativ klein. Es gibt nur noch zwei Optionen, ich will sie nicht nochmal ausführen. Aber was ich dem Ganzen ankreide, ist, dass es jetzt schon wieder so weit kommen musste. Da kannst du nicht nur über die Leute sprechen, die nicht so handeln, wie 80% der Leute oder 70% der Leute sich das wünschen. Da kannst du vor allem über eine Politik sprechen, die Voraussagungen ignorieren, die Situationen in anderen Ländern, wie sie sich entwickelt haben, quasi scheinbar nicht zum Anlass nehmen, bei uns frühzeitig zu reagieren. Und das riecht mich auf. Für den MSV ist es schade, für mich als Fan ist es schade. Ja. Ja, du verstehst, warum ich da ein bisschen struggle. Weil für mich ist nicht ins Stadion zu dürfen das kleinere Übel an der ganzen Corona-Scheiße. Definitiv, definitiv. Versuchen wir zum zweiten Mal trotzdem das irgendwie zum Sportlichen hinzubekommen. Und zwar würdest du mir recht geben, dass zum Beispiel, jetzt sehen wir es gerade im Hintergrund, dass man so nominell, jetzt einfach mal von den Namen her, dass man eigentlich dort schon zum Großteil mit dem Besten aufgelaufen ist, was man derzeit zur Verfügung hat, beziehungsweise was der gesamte Kader eigentlich so hergibt. Also wir sehen es jetzt gerade, Weinkauf, dann Viererkette, Felscher übrigens, der auch in Sonsbeck im Niederrhein-Pokal schon ähnlich auf der linken Seite agiert hat. Also man wusste schon natürlich, Brettschneider, der ist gesperrt, der fehlt in dem Fall mit der fünften gelben. Dort setzen wir dann halt Rolf auf die linke Seite, dann hast du mit Steuerer, Fleckstein und im Pokal war es noch Welkhoff auf der rechten Seite, diesmal aber Gembalis. Und davor natürlich angeordnet Zentral, Stirlin, Bacalorz, Frey, der auch mehr auf dem Flügel wiederzufinden ist, zumindest auf so einer Art Halbflügel. Stoppelkamp, das Pendant auf der anderen Seite und ganz vorne, das ist ja jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung gewesen, denn das haben wir ja die letzten zwei Pflichtspiele zumindest auch so vollzogen, Buhadus und Adin. Zurück zu deiner Frage, ob ich das so als das bei weitem Beste sehe, was wir so spielen können personell? Nein. Ich glaube, Bacalorz ist keine geeignete 10. Ich glaube, Bacalorz ist die perfekte 6. Ich glaube, wenn Push spielt, sind wir besser besetzt, weil Bacalorz einen zurückrutscht und weil Push die Offensive besser beleben kann als Bacalorz in meinen Augen. Und keine Frage, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen auch nicht optimal besetzt waren in dem Spiel. Fälscher rechts oder links ist wurscht, glaube ich. Kann er beides spielen, macht auf beiden Seiten Sachen gut und Sachen schlecht. Gembalis, viel Licht, viel Schatten, leider bleiben in diesem Spiel mehr Schatten hängen. Der Junge hat Hummelsmomente. Der hat Hummelsmomente in seinem Spiel, wo du denkst, wie kann er denen jetzt nur abgrätschen? Und dann auf der anderen Seite hat er so Gedankenprobleme, dass er dann irgendwie ein bisschen deutlich zu langsam ist. Ich rede von dem ersten Elfmeter zum Beispiel. Da fehlt ihm so ein bisschen die Übersicht, weil er vorher seinen Raum nicht scannt. Und ich finde, er ist ein bisschen zu phlegmatisch, weil er gedanklich manchmal nicht schnell genug ist. Er ist gedanklich nicht schnell genug. Also da haben wir ein Problem, wenn Brettschneider nicht spielt und Quattro war wohl nicht ganz fit. Quattro hatte eine Erkältung. Vermutlich hat er deswegen nicht gespielt. Gembalis für Wellkopf aufgrund der Geschwindigkeit. Ja, vorne Buadus und Ademi wollen wir schon in die Analyse gehen, aber ich glaube nicht. Also rein personell, rein personell absolut top. Also ich glaube, die dritte Liga hat nicht viele Doppelspitzen, wohlbemerkt, Doppelspitzen, die besser sind als unsere. Aber da siehst du mal, welchen Stub oder welchen Aufschwung der Torhahn erleidet. Denn wenn du von so einer Aussage sprichst, hättest du das Ganze mit Sicherheit nicht vor einem Jahr so unterschrieben. Denn Ademi natürlich gerade ein Spieler, der diese Saison einen extremen Schub nach vorne gemacht hat bei uns in Duisburg. Und wenn wir gerade zum Beispiel von der zweiten Liga sprechen oder gesprochen haben in Form von Aue und Dachschnell-Darmstadt, das Gleiche könnte man beispielsweise auch über den guten John Verhug sagen und denken. Denn der trumpft in Rostock seines Zeichen auf. Und mit den altgedienten Spielern jetzt nicht genug. Denn wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen auf 1860 München schauen, ich sage mal so, war natürlich schon fast mit einem Wunder gleichzusetzen, dass Sascha Mölders, ich glaube, letzte Saison gar nicht gegen uns getroffen hat. Diesmal war es dann letztendlich soweit. Einzige Sturmspitze bei 1860 München, offiziell zumindest. Und auch diese Aufstellung gibt natürlich oder gab jetzt mehr her, als aufgrund der Tabellensituation zu erkennen war. Gehen wir aber mal so ein bisschen ins Spiel rein. Also die Vorzeichen standen auf ein spannendes Spiel. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte so das Gefühl, in der ersten Halbzeit war es immer so ein gewisses Spiel der verschiedenen Phasen. Du hattest eine, 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 der MSV, du die ersten drei, vier Minuten sehr, sehr forsch nach vorne, Pressing angelaufen, viele, 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 viele Momente, wo du dann direkt nach vorne gegangen bist. Dann hattest du aber das Gefühl, 1860 ruft sich so ein bisschen ein. Hatte dann wiederum so zehn Minuten, wo ich sagen würde, oh, jetzt wollen die ein bisschen dagegenhalten. Hatten dann auch den Lattenschuss von Sascha Mölders. Und dann, ja, wie fast Kai aus der Kiste, dann ein sehr, sehr schön hervorgetragener Angriff über die linke Seite, die es letztendlich sein sollte. Und da ging ja sogar der Kommentator so ein bisschen aus dem Sattel, ne? Also man muss sich vorstellen, Moritz Stoppelkamp in seiner unnachahmlichen Situation über linksaußen, ein Haken, zweite Finte, butterweiche Flanke auf den in der Mitte stehenden oder positionierten Asis Buadubus. Und dann sagte er, er steht regelrecht in der Luft. Und dann köpft er das Ding so im Halbrückwärtsgang so rechts unten rein. Und sehr, sehr tolles Tor, 0-1. Und ich glaube, das war, wenn ich es jetzt richtig hinbekomme, genau die zehnte Spielminute. Ich stimme dir mit allem zu. Ich würde noch in eine Situation nach vorne gehen. Fälscher, Zuckerpass, ne? Genau im richtigen Moment den Pass gesteckt in den Lauf von Stoppel. Stoppel ist ja in den meisten Fällen jemand, der über die linke Seite mit einem Haken kommt und dann mit seinem etwas stärkeren rechten Fuß scharf zur Mitte flangt. Eine Sekunde. Ich versuche jetzt nochmal. Also mich nervt das gerade so ein bisschen. Ich habe immer so ein kleines Haken im Ohr. Du kannst mal weitermachen. Ich gucke mal, ob ich es alleine eben hinkriege. Mach mal einfach. Redest du vom Ton oder was? Ja. Sag mal jetzt was. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Jetzt höre ich dich nämlich gar nicht. Jetzt hören wir dich alle nicht. Mach mal jetzt. Ja. Hört ihr mich? Ja, jetzt machen wir es mal so weiter. Okay. Also, noch einen ganz kurzen Moment vorher. Super Steckpass von Fälscher in den Raum. Und normalerweise schlägt Stoppel einen Haken und flankt mit dem stärkeren rechten Fuß. Oder geht noch ein Stück nach innen und schließt selber ab. Hier macht er noch einen zweiten Haken und chippt den Ball dann wirklich butterweich in die Mitte. Und das, was Assis da macht, ganz ehrlich, das ist kein Deut leichter als das, was Ademi bei dem Traumtor macht. Also, unglaublich gut, dieser Kopfball. Der war nicht leicht. Der war nicht leicht. Der war nicht leicht. Doppelspitze mit Sicherheit für jeden Stürmer immer angenehmer. Und gleichzeitig merkst du aber auch, dass wenn er in einer gewissen konditionellen Grundlage sich befindet, dass er dann den Willen, glaube ich, gerade so jemand wie er, dem sowieso nicht abschreiben kannst. Aber, dass wenn dann alles zusammenläuft, gerade erste Halbzeit, sehr, sehr präsent. Und ich hatte dir ja auch zwischendurch geschrieben. Also, das kann man schon mal ein kleines bisschen vorwegnehmen, dass man nicht viel mehr auf diesen Belkahia gegangen ist, hinten bei denen in der Viererkette. Also, das hätte man ja konsequent, komplett, erst recht über Assis ausnutzen müssen. Denn der hat ja weit und breit kein Land gesehen. Kommen wir aber gleich drauf, auf den Pfostenschuss beispielsweise. Leider war es dann halt auch so, dass der MSV diese Führung jetzt nicht unbedingt lange transportieren konnte und mitnehmen durfte. Denn wir schreiben die, ja, 15., 14., 15. Minute. V-Lefmeter dann in der 16. zum Tor, zum 1-1 durch Philipp Steinhardt. Aber gehen wir einen Schritt zurück, so ein, zwei Minuten vor. So, Vincent Gembalis, ich sag mal so, er hat ungefähr zwei, dreimal die Möglichkeit, den Ball, ich weiß nicht, anzunehmen, wegzugrätschen, wegzuschießen, vor dem Mann zu gehen, abzulaufen. Und du merkst einfach, es sind vielleicht vier Optionen zu viel für ihn. Besser wäre es vielleicht gewesen, wenn es nur eine gegeben hätte und die man dann konsequent durchspielt. Und wir hatten ja dann auch so zwischendurch geschrieben, deine Tendenz war ja gerade auch in den ersten Minuten, der bringt recht viel mit. Und du hast es gerade auch angesprochen. Also der Körper ist da. Ich glaube, die Schnelligkeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube auch, dass er mit Sicherheit im Spielerischen jetzt nicht unbedingt so weit limitiert ist, dass ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, boah, der hat nicht das Drittliga-Niveau, weil da kenne ich auch andere Abwehrspieler, auch in der Dritten Liga. Aber es hapert einfach irgendwie nicht nur am Timing, sondern irgendwie an der geistigen Frische, ohne dass ich jetzt damit sagen will, ich kenne ihn nicht. Also vielleicht ist er der mega coole und kluge Kopf da in der Mannschaft, aber wie man sich auf dem Feld anstellt und gerade im Speziellen bei ihm, nicht nur in dieser Situation, sondern auch noch bei etlichen weiteren Situationen, das ist dann einfach überhaupt noch nicht mehr als wahrscheinlich Oberliga-Reif. Denn da muss ich einfach zur Stelle sein. Da muss ich irgendwas machen. Da darf ich aber nicht den Ball, der natürlich auch gut gespielt wurde in die Schnittstelle, aber das darf mir nicht passieren. Darf nicht passieren, liegt aber daran, dass er den Spieler in seinem Rücken, den er hinterher gefault hat, überhaupt nicht wahrgenommen hat. Das ist das, was ich eingangs sagte, dass er einfach sein Umfeld nicht scannt. So, dass er dann einfach so denkt, ja, ich hab den Ball jetzt, dann mach ich mal ein Aufbauspiel, so, und überhaupt die Gefahr überhaupt gar nicht wahrnimmt. So, und diese Wahrnehmungsschwierigkeiten, die hat er ohne Ball und mit Ball. Du hast manchmal das Gefühl, wenn er den Ball hat, bitte, bitte, spiel den Ball ab, bevor ihn dir einen abluckst, den du wieder nicht siehst. So, er hat tolle Aktionen gehabt, er ist komplett alleine über die gesamte rechte Seite gegangen. Ja, und wenn der Ball nicht irgendwie 20 Zentimeter im Aus ist, dann flankt er sogar noch hinten rein. Da geht er die komplette Seite runter, du weißt, was ich meine, ne? So, dann hat er Klärungsaktionen, wo er den Ball hinten abgrätscht, die hat er schon mal gehabt. Das sind alles so Sachen, weswegen dieser Typ Qualitäten hat, die man ihm nicht streitig machen kann. Er hat einfach Probleme in der Geschwindigkeit, nicht körperlich, sondern tatsächlich in der Wahrnehmung. So, das könnte sein, dass er einfach in dem Moment nicht konzentriert genug ist, oder er nimmt andere Dinge wahr als wir oder als andere Spieler. Ich kann's dir nicht sagen, aber bei ihm sind wirklich Licht und Schatten so nah beieinander. Irgendjemand hat gerade im Chat geschrieben, Hummels plus Piblica gleich Gembalis. Und das trifft's auf den Punkt, ne? Irgendwo, der hat Hummels Aktionen und er hat Piblica Aktionen. Also, es ist wirklich perfekt ausgedrückt. Also, ich will ihm nicht sein Vermögen streitig machen. Und jeder Trainer, jeder Trainer, den wir bisher hatten, hat irgendwas in ihm gesehen. Ja, das sind ja keine Idioten. Ja, du sprichst ihn dir aber gerade an, Trainer. Ja, ich meine, das sind natürlich Fehler, die kannst du, da könnte jetzt kein Trainer der Welt was dagegen machen. Aber inwiefern würdest du trotzdem sagen, dass ein Trainer, der ihn auf dieser Position aufstellt, trotzdem nicht unbeteiligt ist? Also, versteht mich nicht falsch, ne? Also wirklich, wir haben jetzt das vierte Spiel, glaube ich, mit ihm. Ich sehe, diese Entwicklung sehe ich auch, kommen wir ja gleich auch beim Fazit zu. Trotzdem ist es für mich natürlich eine entscheidende Position, zumindest in diesem Spiel gewesen, weswegen wir am Ende des Tages verloren haben. Und jetzt muss man auch ganz klar den Finger in die Wunde legen. Und der eine oder andere hat's hier gerade schon geschrieben. Jetzt spielst du ja mit Velkov im Niederrhein-Pokal. Auf der rechten Seite. Der muss wohl seine Sache ordentlich erledigt haben. Klar, gegen eine Landesliga-Truppe kein Thema, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, jetzt würde mich auch mal der Gedankenansatz daran interessieren. Denn, was war es denn letztendlich? Stabilität zu aller Höfe des WM 2014 da reinzubringen? Also, Hauptsache, ich mache die Seite ein bisschen dicht, ne? Und hin und wieder mal so einen kleinen Vorstoß. Oder ich habe da wirklich Großes mit dem Vor, hat er ja auch bei der einen oder anderen Situation gezeigt, dass er da Flankenläufe durchaus imstande ist, zu laufen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn es dann am Ende des Tages einfach nur diese Sicherheitstaktik gewesen ist, so nach dem Motto, ja, rechts hinten, ist ja wahrscheinlich im heutigen Fußball jetzt nicht vielleicht unbedingt die entscheidendste Position. Denn, also, auf den Innenverteidigern lastet ja zumindest laut unseren Analysen und auch zumindest im letzten halben Jahr oder anderthalb Jahren, wo wir immer gesagt haben, boah, unsere Innenverteidigung, die kannst du ja komplett vergessen. Ist ja so, rechts und links ist zwar auch nicht gut weggekommen mit Sauer und sowas, ne? Aber was ich damit sagen will, ist ganz einfach, du hast ja schon gesehen, auch beim zweiten Tor, äh, beim, sorry, beim dritten Tor war es noch nicht, ne? Beim zweiten Elfmeter, Mann. Genau, beim zweiten Elfmeter, sorry. Dass, wenn eine Mannschaft das gut spielt und du weißt genau, dass die Abstimmung zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger absolut gar nicht gegeben ist und der Junge ist dann vielleicht sowieso durch den Wind, ja, dann beackere ich die Seite und spiele nochmal so einen Pass und nochmal so einen Pass und dann hast du gesehen, gerade bei der zweiten Elfmetersituation, der war ja auch dort wieder gedanklich viel zu langsam und der Pass, der loomt ein, um in die Gasse zu spielen. Und wenn du das, ich meine, er hat es dann korrigiert, aber am Ende des Tages, sorry, muss man sich das ja auch mit ankreiden, ne? Du hast recht, natürlich muss der Trainer hinterher verantworten, wen er aufstellt, aber hast du mal darauf geachtet, wie Quattro gespielt hat, nachdem er dann eingewechselt wurde? Bei ihm habe ich viel häufiger das Gefühl, der weiß gar nicht, wo er hin muss. Also es ist immer eine Frage der Alternativen. So, natürlich hättest du Velkov spielen lassen können, ja, das wäre wahrscheinlich defensiv die sichere Variante gewesen, zumindest in der Statik. Was wäre mit Arjani? Ist er denn überhaupt wieder fit? Ja, er hat ja zumindest fünf Minuten gespielt. Naja gut, aber kannst du jemanden, der eigentlich auch ein Stürmer ist, der eigentlich nur fit ist für fünf Minuten, hinten rechts hinstellen? Ne, 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 der ist ja auch gekommen, auch für rechts hinten. Also der ist, der sollte ja so eine quasi Geschichte für Felscher als Backup sein, ne? Aber er hat ja bei uns bisher nur offensiv gespielt. Also im Prinzip hast du die Alternative gehabt, entweder spielst du mit Quattro, der nicht ganz fit war und der auch für mich keinen guten Eindruck gemacht hat, als er dann reinkam, oder du spielst mit Velkov. Und ganz ehrlich, auf der Außenverteidigerposition brauchst du schon Geschwindigkeit, ne? Das sind die Positionen, wo du am häufigsten überlaufen wirst durch einen Pass in die Tiefe oder durch einen langen Ball als Spielverlagerung. Da brauchst du Geschwindigkeit und die hat er, die hat Gambalis, die hat er nur nicht gedanklich. Und die Bayern haben es ganz oft auch gemacht, ich möchte ungern über Bayern sprechen, weil sie mich einfach nur noch nerven, aber sie haben eben auch dann eben Niklas Süle auf rechts gestellt, wenn Pavard irgendwie ausgefallen ist. Und das ist im Prinzip der gleiche Spielertyp wie Vincent Gambalis. Von der Körperlichkeit ist ein Kühlschrank, aber wenn er einmal ins Rennen kommt, dann ist er sehr, sehr schnell, ne? Aber du hast eben, die Wendigkeit fehlt dir, ne? Die du dann eben auch brauchst und die Gedankengeschwindigkeit hat Gambalis halt nicht. Die Frage ist, Alternative, Stefan. Was hättest du als besserer, was wäre die bessere Alternative gewesen? Sorry, ich musste gerade lachen, wo der Volker geschrieben hat, man sollte mal Vincent auf der 6 probieren. Sorry. Da sind Fehler nicht gleich Gegentore, verstehe. Ja, komm, ey. Jetzt stellen wir den nicht von der Innenverteidigung auf die Rechtsverteidigungposition, nur um ihn dann in die Mitte zu ziehen, das wäre... Ich sage dir mal eine Sache, die ich gemacht hätte. Eventuell. Hinterher ist man immer schlauer, aber ich werfe einfach nur mal eine Idee in den Raum, was man hätte machen können. Stirlin als Rechtsverteidiger. Habe ich gerade auch dran gedacht. Bacalots auf die 6. Why not? Mit frei? Ja, wir spielen nur noch mit einer 6, ne? Aber, ähm... Ja, dann frei auf die 8 oder auf die 10, keine Ahnung. Ja, klar, logisch. Zusammen mit, äh... Ich weiß nicht, da hättest du Bakir reingebracht, oder hättest Adjani spielen, länger spielen lassen. Auf jeden Fall hättest du... Ich glaube nicht, dass wir das Spiel vorne verloren haben. Gut, lass uns das Thema jetzt auch gar nicht zu lange aufmachen. Ne, ich habe nur eine Idee noch. Vielleicht könnte man die mal... Weil wir sagen seit anderthalb Jahren, sagen wir, wir haben Probleme in der Innenverteidigung, ne? Jetzt war es ein Innenverteidiger, der über Außen unser Problem dargestellt hat in diesem Spiel. Nur mal so, ich werfe mal in den Raum, ich werfe mal in den Raum, ähm... Neven Subotic, vereinslos, will noch kicken, äh, irgendwie in, in unsere, ähm... in unsere guten Zweckprojekte des MSV, seine Stiftung integrieren, äh... Die Fans des MSV würden gut zu ihm passen. Why not? Einfach mal so in den Raum geworfen für die Winterpause. Sollte dann munter und locker flockig weitergehen, denn der MSV eigentlich auch gar nicht so richtig geschockt, ne? Also gerade ab dem Moment des 1 zu 1, äh, es war wirklich ein offener Schlagabtausch im, im, im ganzen Spiel, so hatte man das Gefühl. Also Kommentator sprach es auch wiederholte mal an. Und dann, ähm, ja, wunderbarer langer Ball. Äh, Aziz, du hast gesehen, er läuft in Position. Hängt den Gegenspieler, Becker hier, was auch in dieser Situation, glaube ich, so, wie so eine lästige Fliege einfach ab. Zieht dann trocken mit links ab. Und was dann passiert, ist natürlich auch sehr, sehr viel Pech. Denn am Ende des Tages, äh, nicht nur, dass er diesen Ball, äh, gut aufnehmen kann, dass er im Vorfeld schon gut in Position läuft, dass er sich dann den Gegenspieler vom Leib hält. Und dass er dann natürlich auch noch den Ball sehr, sehr gut trifft. Aber leider nicht in dem Fall, weiß ich nicht, guten, guten halben Meter oder 30 Zentimeter, äh, mehr in die Mitte. Sondern, äh, leider an den, komplett an den linken Außenpfosten aus unserer Position. Ja, es fehlen ihm da fünf Zentimeter und dann prallt der Ball vom Pfosten ab und dann fehlen ihm nochmal zehn. Der hat ihn ja fast nochmal erwischt, ne? Ja, ja, ja. Und dort hätte es dann, äh, sofort, also quasi schon im Gegenzug wieder 2-1 MSV stehen können. Und, ähm, ja, dann war, dann war es ein Spiel, ne? Also, ging, war wirklich richtig gut anzusehen. Ich muss ehrlich sagen, ich war, äh, kann ich auch schon mal so ein bisschen vorweg mein Fazit nehmen. Ich war wirklich an dem ganzen Spiel in den 90 Minuten an diesem Samstag, könnte mich gerne korrigieren, aber vom Entertainment-Faktor war das doch mit das, was mich dieses Jahr, ich glaube, in dem ganzen Kalenderjahr, mit am meisten abgeholt hat. Also, jetzt mal wirklich. Und, äh, wenn ich sage, Entertainment, dann meine ich natürlich jetzt nicht, dass ich mich freue, wenn wir da drei Kirschen reinpfeffern und, ähm, dass wir dann am Ende des Tages verlieren. Aber da war ja so viel Spielfreude zu erkennen, Laufbereitschaft, vorne draufgehen. Klar sind diese Fehler, die, die stellten auch einen Hagen-Schmitte jetzt nicht von heute auf morgen ab. Aber das, was ich da gesehen habe, von der Couch zumindest, das hat mich dann schon wieder regelrecht fast im Wohnzimmer stehen lassen. Und, äh, das war gar nicht vergleichbar mit den ganzen Monaten, da zuvor. Also, vom Entertainment-Faktor hätte ich eine 10 gegeben. Ganz klar. Ganz klar für dieses Spiel insgesamt. Und, äh, so war es ja dann auch, dass es nochmal, äh, Chancen auf beiden Seiten gab. Ich kann mich an, äh, natürlich den, den, ähm, den Landentreffer von Stoppelkamp, der war in der zweiten Halbzeit, ne? Genau, sorry. Ähm, ja, bis hin zur letzten Minute in der ersten Halbzeit. Wir beide haben auch noch geschrieben, hör mal, äh, das Ding ist drin, das Ding ist drin. Der Freistoß, eine Sekunde vor, vor, vor Halbzeit, Pfiff von Stoppelkamp. Äh, lief an, hatte eine richtig gute, aussichtsreiche Position. Und, ja, leider nicht drin. Am Ende des Tages 1-1, zumindest zur Halbzeit. Boadus und Steinhardt. Aber das war wirklich, am Ende des Tages, wirklich richtig gut anzuschauen. Absolut. Absolut. Ich habe danach, äh, kurz bevor ich dann zu arbeiten musste, nur 20 Minuten Dortmund-Stuttgart geguckt. Das Spiel war nicht anders so gut. Also wirklich ein richtig Top-Fußballspiel. Zwei Lattentreffer auf jeder Seite, ne? Äh, dann, äh, verschossener Elfmeter. Dann ein Freistoß von Stoppelkamp. Ja, der verschossene Elfmeter, aber erst in der zweiten Halbzeit. Ich bin gerade bei dem gesamten Spiel, sorry. Ne? Also dieses Spiel an sich komplett, achso, Entschuldigung, du möchtest über das Spiel der ersten Halbzeit noch sprechen? Ja, wir haben ja noch niemals. Also Gesamtbewertung des Spiels, einfach Bombe. Finde ich auch. Und ganz ehrlich, da verzeihe ich am Ende des Tages als Fan auch die Fehler, ne, die da passieren. Klar, jetzt nicht bei einer Niederlage, bitte nicht falsch, da stehen wir da draußen. Also, äh, natürlich bin ich sauer auf die Fehler, die passiert sind, die zu der Niederlage geführt haben. Aber wenn dieses Spiel unter diesen Umständen, und das wäre absolut aus meiner Sicht auch verdient gewesen, unentschieden ausgegangen wäre, dann hätte ich da auf die Fehler gar nicht so sehr geschaut. Klar, als Trainer Hagen-Schmidt wird da drauf gucken, aber am Ende des Tages, ja, ähm, natürlich hat der 60 mehr Chancen. Ja, gut, aber wenn du nachher darüber sprichst, dass der MSV kommen musste, dass der MSV auf Sieg gespielt hat in einem Auswärtsspiel, ist ja auch klar, dass 1860 da die Chancen noch mit hat, ne? Egal, 1-1, Halbzeitpause, und ja, dann einer der Situationen, nachdem der MSV meiner Meinung nach gut aus der Halbzeit gekommen ist, und ich glaube, der Lattentreffer könnte mich gerne korrigieren, der war doch, glaube ich, vor dem 2-1, ne? Also, es stand 1-1, meine ich, und dann hatte Stoppelkamp den Lattentreffer, oder war es dann schon 2-1? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht, der MSV sehr, sehr gut aus der Halbzeit gekommen, um dann sich in der 54. Minute aus meiner Sicht zumindest ein kurioses Tor einzufangen, und wenn wir ihn nicht in den nächsten Wochen und Monaten im Podcast begrüßen dürften, dann hätte ich das jetzt schon heute Abend gemacht, und zwar, dann hätte ich den Mike eingeladen, denn, dass der MSV dann beim 2-1, beim Tor von Sascha Mölders, äh, praktiziert, das ist für mich unerklärlich, und wie dann der Kommentator noch regelrecht einen draufsetzt, der dann noch sagt, boah, da kann die Abwehr nichts machen, da dürfen sie ja gar nicht hingehen, weil wenn sie da hingehen, dann provozieren sie ja einen weiteren Elfmeter. Da packe ich mir nicht, da packe ich mir sowas von an die Waffel, also sorry, ne? Also erstmal dieses, äh, gut, da kommt eine Flanke rein, du lässt ihn erstmal da am 16er spielen, dann klärst du ihn so halb, halb gar nach außen, gut, kann man nicht vielleicht anders ran, aber dann die Aktion, wie der Herr Mölders mit, weiß ich nicht, 36, 37 Jahren, sich im 16er, und da hast du ganz klar, ganz klar die fehlende, ja, nicht Absprache, aber dieses ganz fehlende Verständnis zwischen beiden gesehen, äh, der, wer war es nochmal? Fälscher und Boadus, ne? Boadus stand, glaube ich, hinter ihm, denkt sich, okay, Alter, ich bin eh hier Stürmer im 16er, vor mir steht noch der, aber der Rolf, der muss das auf jeden Fall klären, und dann greift Assis schon gar nicht so richtig ein, und was Fälscher dann macht, also sorry, ne, also der, das ist ja fast genauso katastrophal, wie, wie Gemberlis, der einen Elfmeter da provoziert, dass der den da einfach durchgehen lässt, und wenn der Kommentator dann noch sagt, ja gut, da konnten sie auch nichts machen, weil wenn sie dann hingegangen wären, nee, Schwachsinn, da musst du als Erfahrener, und ich meine, gerade Assis und Fälscher, ich meine, die haben ja ganz andere Ansprüche noch vor zwei, drei Jahren gehabt, da musst du doch so ein Ding da locker ablaufen, klären, blocken, grätschen, scheißegal was, nur da darf niemals ein Talk passieren. Das sind die Dinge, die mich seit Monaten auf die Palme bringen. Jedes Mal, wenn der Ball bei uns im Strafraum am Boden liegt, kriege ich die Pimponelle, da kriege ich Pickel am Arsch, wie Hoppy sagen würde, weil dieser Ball nie geklärt wird. Immer wenn bei uns irgendein Gestacher am Boden ist, oder wenn der Stürmer am Boden liegenden Ball hat, weiß ich ganz genau, jetzt passiert hier irgendetwas, und wir kriegen vielleicht durch Pingpong-Glück wieder doch kein Gegentor, und in dem Moment ist es so, dass Felscher und Buadus sich wahrscheinlich gegenseitig irgendwie denken, er hat ihn, ich habe ihn, dann darf ich nicht hingehen, dann habe ich einen Elfmeter. Bullshit! Du brauchst nur einmal ganz kurz die Picke am Ball kriegen und Sascha Mölders ist durch mit der Nummer. Das darf nicht, das darf überhaupt nicht passieren. Wenn ich kurz mit der Picke am Ball gehe, ich meine jetzt Felscher, Buadus würde ich jetzt den kleineren Teil der Schuld an diesem Tor zuschreiben. Also Felscher, ganz ehrlich, so kannst du dieses Ding nicht verteidigen. Und Sascha Mölders ist jetzt nicht J.J. Okocha, ja, also ganz im Ernst, den musst du ihm wegspitzeln, Punkt. Aber jetzt merken wir eins, wir reden hier von einem Verteidiger. Ja, pass auf, aber jetzt merken wir gerade eins, ich meine, das war nach einer Flanke okay, aber er war ja dann halt links hinten zu finden. Du merkst jetzt gerade schon, zwei direkte Tore, einen zusätzlich verschuldeten Elfmeter, beide Außenverteidiger an dem Tag komplett mit an dieser Niederlage beteiligt. Also, ne, so viel zu dem Thema. Haben wir ja schon öfter über gesprochen, die Außenverteidiger. Du hast letzte Woche über Brettschneider gesprochen, vor zwei Wochen, glaube ich, als du Brettschneider quasi ein schlechtes Spiel hast machen sehen. und ja, Felscher hat dieses Tor zu verschulden, ganz klar. Den darf Sascha Mölders nicht an ihm vorbeispielen. Katastrophal, katastrophale Leistung. Und das sind so Dinge, die Hake Schmidt beim Spiel in Halle noch so kritisiert hat, glaube ich. Ich glaube, da flippt er, innerlich flippt er da aus, wenn da solche Situationen sind. Du bist hier durch drei absolute Böcke, wobei man das 3-1, glaube ich, das 3-2, Entschuldigung, noch als am wenigsten großen Bock da stehen lassen kann. Der größte Bock war mit Sicherheit das 1-0, dicht gefolgt vom 2-1 und das 3-2, ja, war ein Fehler, der vorher passiert. Dass er ihn dann foult, ist eine logische Konsequenz, ja, kommen wir gleich noch zu. Aber dieses 2-1, ganz ehrlich, ich würde als Trainer, würde ich sagen, es gibt es doch nicht. Es macht uns so viel kaputt. Ein geiles Fußballspiel wird durch zwei oder drei dumme Aktionen so zerstört. Haben wir nicht verdient. definitiv und jetzt wurde ich gerade schon korrigiert, also der Lattentreffer postwendend danach schon wieder von Moritz Stoppelkamp, der aus meiner Sicht ein ordentlich bis gutes Spiel auf jeden Fall an den Tag legte, nachdem er ja auch in den letzten Wochen hier von uns, von allen hier so ein bisschen mehr oder weniger in die Pflicht genommen wurde. Sag ich gestern, auf jeden Fall formverbessert, sehr, sehr engagiert, gerade gegen seine Ex-Kollegen auch in München, spielt natürlich keiner mehr, aber sein alter Verein. Und ja, danach dann aber, du hast es jetzt gerade schon ein paar Mal angedeutet oder auch beschrieben, ja, der Torhahn hat wieder zugeschlagen, 68. Spielminute, 2-2 und dann bin ich so wirklich das erste Mal hier aus dem Sattel gegangen, denn habe ich mich richtig gefreut. Ja, also der MSV drangeblieben, Flanke kommt rein, viel zu kurz abgewehrt und dann auch noch sehr, sehr unglücklich auf den, ja, einlaufenden Ademi, der in dem Fall eigentlich alles verkörpert, was ein Stürmer mitbringen muss und das ist einfach nicht lange Fackeln im 16er, zieht dann ab, nimmt den Ball, glaube ich, eher mit der Innenseite, so, 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 schnittweise dann noch so halb ins rechte, obere Drittel, sage ich jetzt mal, nicht ins Eck, aber ja, aus der kurzen Distanz machen wir uns ja nichts vor, da war Hiller natürlich machtlos, richtiges Traumtor, hat er satt getroffen und da siehst du ganz einfach, dass dieser Junge aktuell auf Wolke 7 schwebt, obwohl der MSV Duisburg die Saison gar nicht performt, aber du als Stürmer wirst natürlich immer an Toren und Erfolgen gemessen und wenn das persönlich dir so weit Auftritt gibt, dann siehst du, dass ein Ademi auch imstande ist, solche Tore zu erzielen, da hätten wir vor einem Jahr auf gar kein Funnel dran geglaubt, umso mehr Freude ist mich für ihn natürlich persönlich auf der anderen Seite brotlose Kunst am Ende des Tages, aber kannst mir mit Sicherheit beipflichten, sehr, sehr schönes Tor. Absolut, das war ein Schlenzer, also im Prinzip, wenn der Ball am Boden gelingen hätte, war es ein Schlenzer in die lange Ecke, also im Prinzip ein Volley-Schlenzer, also richtig, richtig stark gemacht, technisch sehr gut, sehr stabil geblieben da, obwohl die Redaktionszeit kurz war und du hast vollkommen recht, vor einem Jahr hätte er das Ding entweder nicht getroffen oder auf die Tribüne gejagt, das ist bei Stürmern so wichtig und es schreibt auch jemand gerade, Annette schreibt es gerade in den Chat, Stoppel braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis, das ist bei Offensivspielern so wichtig, wenn Stoppel mal einen von den Freistößen gemacht hätte, dann hätte er im nächsten Spiel wieder ein bisschen breitere Brust, Stoppel sieht sowieso häufig sehr traurig aus, da braucht man ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Positivität und das würde so ein Erfolgserlebnis eben sicherlich mit sich bringen, wie es bei Torhahn eben momentan so ist, der trifft im Moment aus jeder Lage und das liegt daran, dass er selbstbewusst ist, keine Frage. Ja und das, was man dem MSV vielleicht insgesamt ankreiden muss, nicht nur bei den entscheidenden Fehlern, hatte Hagen Schmidt auch dementsprechend so angesprochen, dann ist es natürlich, dass du, wenn du ein Tor erzielst, nicht nach sechs beziehungsweise auch dann nach fünf Minuten wiederum den Gegentreffer schlucken darfst, denn Moritz Bär in der 73. Minute, du hast es gerade angesprochen, wenn man vielleicht ein Tor nicht explizit als krassen Fehler beschreiben sollte beim MSV, dann ist es vielleicht dieses Gegentor. Vorher, in der Entstehung schon. Ja, definitiv, aber wie 1860 das am Ende des Tages ausspielt, konsequent dann über den rechten Flügel ihrer Seite gesehen und der Ball geht dann scharf durch die Mitte an Freund und Feind vorbei und hinten am langen Pfosten, am zweiten Pfosten, steht Moritz Bär und schießt das Ding zur Führung zum 3-2-1 in der 73. Minute. Ich glaube, Micha, wir haben jetzt gerade den zweiten Elfmeter, wollen wir jetzt gar nicht untergehen lassen. Den hat zum Beispiel in dem Fall auch wieder leider der gute Vincent verschuldet, hatten wir vorhin aber schon analysiert, also wirklich gut getimter Pass wieder in die Schnittstelle, Vincent auch dort wieder ein bisschen so schlafmützig unterwegs, aber ich sage dir ganz ehrlich, beim Leo, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon mittlerweile schon fast das Gefühl, da hast du so eine 50-50-Quote von gehaltenen Elfmetern, denn dort war er auch wieder zur Stelle, auch wenn man sagt, jo, Steinhardt, das war jetzt mit Sicherheit auch kein gut getretener Elfmeter, aber Weinkopf dort in der Situation, Hut ab, Respekt und hat uns zumindest beim Stand von, weiß ich jetzt leider auch nicht genau, hat uns dort wieder im Spiel gehalten. Ich glaube, beim Stand von 2-1 glaube ich war es. Ich muss mich gerade mal korrigieren, ich habe die ganze Zeit gesagt, das war nicht so ein großer Fehler, ich bin bei einem verschossenen Elfmeter, ich bin bei der Situation vor dem Elfmeter-Foul von Gembalis gewesen, aber das war ja überhaupt nicht das dritte Tor, den hat er ja gehalten, das dritte Tor war ja das, was du gerade beschrieben hast und da haben wir schon dicke Patzer gemacht, ich glaube Bakir war es, der einfach nicht aufgepasst hat, aber du hast recht, Leo Weinkopf, den ersten hat er sich verladen lassen, der war auch gar nicht so scharf geschossen, aber da war er einfach auf dem Weg die falsche Ecke, ein klassischer Lewandowski quasi und den zweiten hält er einfach gut. Also ich habe, um ehrlich zu sein, schon gewusst, da sein hält, aber das hat andere Gründe. Stefan, in unserem Chat war jemand, der zehn Sekunden eher war als wir und deswegen wussten wir, dass er verschießt. Naja. Sollte am Ende des Tages nicht reichen. War heute auch nochmal unterwegs und auch ein Kumpel von mir, der beiläufig so ein bisschen geschaut hat, schöne Grüße gehen an den, an das Kennerkind, dem letztjährigen Gewinner des Kicktip-Gewinn-Spiels, kommen wir gleich auch noch zu. Der sagte zumindest, hör mal, aber auch, wie der MSV zum Teil zumindest aus einem Guss gespielt hat. Ich kann mich da an die Situation erinnern, wo Ademi mit links im Sechzehner zum Schuss kam, aber nicht richtig Pfeffer dahinter hatte. Das war so eine Kombination über die linke Seite, wo Stoppelkamp dann erst mit der Hacke, glaube ich, zurückgeht. Ruadus dann mit links in den Sechzehner, Ademi sieht. Da dachte ich noch, alter Ademi, ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen mehr Pfeffer. Sollte dann aber, wie gesagt, das 2-2 machen, Moritz Bär das 3-2, da waren wir jetzt gerade bei den Toren. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war jetzt so fast das erste Mal in den letzten zwölf Monaten, von mir aus auch 15 Monaten, wenn man die Gino-Zeit mit einberechnet, wo ich mir dachte, boah, das Spiel geht jetzt hier noch 17 Minuten plus, ich sehe den MSV noch nicht als verloren, von daher positiv, weiter nach vorne und das verkörperte mir auch die Mannschaft. Also man war schon gewillt, auch wenn am Ende des Tages vielleicht die richtigen Chancen nachher noch nach dem 3-2 fehlen sollten. Trainer wechselte auch noch mal mit Arjani zumindest, für Sterlin war es in dem Fall, zumindest ein bisschen Offensivpower noch reinzubringen. Ich denke mal, das ist klar, dass du Leute wie Buadus, Stoppelkamp und Ademi nicht vom Platz nimmst und am Ende des Tages sollte es aber, obwohl auch Leo Weinkopf ganz zum Schluss noch mal mit vorne war und auch zum Beispiel dann aber im Gegenzug auch wieder ein Ball von Sascha Mülders, der das 4-2 zum Beispiel auf dem Fuß hatte, noch hielt, am Ende des Tages einfach nicht mehr reichen und der MSV unterliegt. Also bei 1860 München mit 3 zu 2, was aus meiner Sicht hätte nicht sein müssen. Also halten wir mal fest, wir haben 2 Elfmeter verschuldet, davon ging einer rein. Das Sascha Müllers Tor musst du anders verteidigen. Also in dem Fall haben wir ja schon riesen Beitrag dazu geleistet, dass wir überhaupt 3 Gegentore gefangen haben. Und am Ende des Tages nach vorne hin, ich will jetzt nicht sagen, nicht zielstrebig, denn 2 Tore in 60 München musst du machen und dass du natürlich so wie Stoppelkamp gegen die Latte und so wie Buhadus gegen den Pfosten, boah, da bin ich glaube ich eher auf der Seite, dass ich sagen würde, da fehlte uns an dem Tag auch ein bisschen das, oder da fehlte uns einfach ein bisschen das Glück. Ja, will ich, selten, aber will ich dir ein bisschen widersprechen. Wenn ich die Expected Goals mir angucken würde, die gibt es ja, ich habe sie nicht gesehen, aber da sind wir mit Sicherheit deutlich unter 1860. Also deutlich drunter, denn wir haben ein Tor gemacht zum 1-0, was mit Sicherheit Expected Goals weit unter 1 liegt. Wir haben das Tor von Ademi, was bei den Expected Goals mit Sicherheit deutlich unter 1 liegt. Ja, also das heißt, und auf der anderen Seite haben wir deutliche Chancen. Du hast gerade Mölders zum 4-2 zum Möglichen erwähnt. Wir haben einen verschossenen Elfmeter, also da sind wir mit Sicherheit noch gut bedient. Das heißt, wir haben schon zwei sehr gute Aktionen gehabt, die zu den Toren geführt haben und so 100-prozentige Chancen sehe ich jetzt, ja gut, der verunglückte Schuss von Ademi nach der Super-Kombination, die du gerade angesprochen hast, der schnelle Tempo-Gegenzug. Ansonsten 100-prozentige Chancen bis auf den Pfostenschuss noch von Arsiz, den kannst du durchaus mal als ein Expected Goal werten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir 60er wären, hätten wir gesagt, absolut verdient gewonnen, weil sie schon dicke Dinger auf dem Fuß hatten. So sehe ich es. Und zum Spiel an sich, weil du sagst, es war so ein Spiel, wo du gesagt hast, 17 Minuten noch, da läuft noch was, da passiert noch was. Es war vor allem ein Spiel, was total kurzweilig war. Du hast geguckt, so wie, was schon 80. Minute, geiles Spiel und kommt Jungs, ihr schafft das noch. Aber als das Spiel angefangen hat, ganz kurz, habe ich gedacht, scheiße, das wird ein Spiel, was mir nicht gefällt, weil ich gesehen habe, das zwar wieder mit zwei Spitzenspielen und da hat mich Hagen Schmidt Lügen gestraft, weil ich dachte, wir spielen die gleiche Taktik wie gegen Viktoria Berlin, lange Bälle auf Ademi und Buhadus, weil wir mit zwei Spitzenspielen. Aber er hat es eben nicht gemacht und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Er hat eine richtig, richtig gute taktische Raupenaufstellung gewählt und wir haben das Spiel von hinten gestaltet und eben nicht über lange Bälle agiert, haben aber trotzdem die Flexibilität gehabt, durch Ademi und Buhadus auch mit langen Bällen agieren zu können. Also erst reiner Plan und leider aufgrund von Katastrophenfehlern nicht aufgegangen. Ja, ging so ein bisschen zumindest der erste Teil deines Fazits in Richtung Michael Kölner. Also müsst ihr euch mal die Pressekonferenz nach dem Spiel so ein bisschen anhören. Hätte er dann in den letzten Hätte er dann nicht in den letzten ein, zwei Minuten dem MSV noch viel Glück für die Zukunft gewünscht, hätte ich gesagt, Herr Kölner, können Sie sich klemmen? Fand ich gar nicht gut an dem Fall. Denn ging so in die ähnliche Richtung von komplett verdient und dies und das und jenes. Ja, als 60er würde ich das eventuell mit Sicherheit auch so sehen. Ja, aber wenn du das so aufdröselst, so nach dem Motto, ja, wenn der Schuss vom Mölders noch reingegangen wäre und wenn der Elfmeter reingegangen wäre, das ist ja natürlich schon immer, so kannst du es ja aus jeder Sicht betrachten, ich sag mal ganz Aber du redest ja bei uns auch vom Konjunktiv. Genau, genau, genau und das will ich einfach nur mal pari-pari gegenüberstellen. Ich sag mal so, wenn du als MSV Duisburg so blöd, sag ich jetzt mal, ich hole mal ein bisschen schärfer jetzt aus, so blöd zwei Elfmeter, die absolut nicht sein müssen, dem Gegner schon schenkst und auch das eine Tor von Sascha Mölders so hergibst, da musst du mir ja, oder da wird ja jeder klare Mensch auch erkennen, im Normalzustand schenkst du einem Gegner ja nicht zwei Tore und einen Elfmeter. So, plus drehen wir den Spieß um und sagen, wir nehmen den Elfmeter, den in der ersten Halbzeit nehmen wir mal weg und du hast gerade gesagt, du hast keine Riesenchancen gesehen, ganz ehrlich, der MSV führt 1-0, den Elfmeter gibst du so nicht her, Asis Boadus schießt da 2-0 oder ganz kurz vor Schluss vor der Halbzeit der Freistoß durch Stopp bekam, dann steht es 2-0 in München, weil viel mehr habe ich von denen in der ersten Halbzeit nachher auch nicht mehr gesehen, dann ist halt in der zweiten Halbzeit auch ein ganz anderes Spiel. Aber gut, wir brauchen nicht darüber diskutieren, wer wie, was und was. Ich denke, ich denke beides okay, ich denke Sieg für 60 okay, wir hätten das Ding auch gewinnen können, wäre auch okay gewesen. Aus meiner Sicht geheimnisvoll. Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden, hätte dieses Spiel ein Unentschieden verdient gehabt, weil beide Mannschaften tollen Fußball gespielt haben. Genau, 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 genau. Ja, und wir hatten ja auch im Vorfeld wieder gefragt, wie sieht es denn aus, wenn die MSV-Kicker in Grünwald auflaufen und ja, leider zum ersten Mal so ein bisschen negative Tendenz, also 56 Prozent sagten, oh, 1860 zu Hause, nicht schlecht und 44 Prozent glaubten an den MSV. Auch dort natürlich wie gestern, wie immer ein paar Auswärtsfans vom MSV Duisburg dort vor Ort, vielleicht waren dies ja die auf die 44 Prozent zumindest kamen und Micha, jetzt kommen wir ja so zu unseren Lieblingskategorien. Jetzt kommen wir gleich zum Fanfeedback. Ich glaube, das könnten wir ja diesmal als erstes machen, bevor nämlich, das könnt ihr hier schon mal im Chat machen, könnt schon mal euer Zebra of the Week plus die Spieltagsnote hier bitte einmal benennen, denn wir hatten nach dem Spiel wieder aufgerufen, uns einmal zu sagen, was ihr über das Spiel denkt und wie ihr es gesehen habt. Dann schreibt als erster hier, das Duisburger Blut, zwar ist es eine Verbesserung zu sehen, aber trotzdem null Punkte. Er schreibt weiterhin, sind hinten immer noch eine Schießbude, Gembalis hat wieder ganze Arbeit gemacht. Der Meister, Meister 98, Gembalis, Fußballgott, dann der McDorito, schöne Grüße an den Klaus, drei Punkte verschenkt durch Gembalis, naja, nächstes Mal vielleicht, geiles Match. Das gute alte Außenverteidiger-Thema in Klammern beide, schreibt der Freddy, 111, der Simon, schöne Grüße gehen an ihn heraus, nächste Woche ja, sein großer Auftritt hier, bitter nichts mitgenommen zu haben, die Innenverteidigung kann leider kein Trainer retten. Der Devin, Devin Hengst schreibt, siebte Auswärtsniederlage in Folge, das müssen wir auch mal ansprechen, genau, Wahnsinn, siebte Auswärtsniederlage in Folge, vielen Dank dafür, Devin. Demnächst wohl noch, ohne den zwölften Mann, es sieht düster aus. Dann schreibt er noch, die Abwehr ist nicht Drittligatauglich, warum nicht Quattwo anstatt Gembalis, harte Zeiten. Und der Fetzi, schöne Grüße an den Ingo, hat endlich mal wieder Bock gemacht, zuzuschauen. Also im Prinzip das, was wir eigentlich alles, wir so gerade in den letzten 57 Minuten analysiert haben, denn wir haben auf der einen Seite gesagt, ja, Gembalis, das war mit Sicherheit nicht clever und gut, beide Außenverteidiger haben wir aber insgesamt in die Pflicht genommen, Hagen Schmidt, so eine kleine Teilschuld daran gemacht, denn als Trainer kannst du mich mit Sicherheit nicht komplett daraus ziehen. und ja, dann haben wir aber unterm Strich, glaube ich, gesagt, der Entertainment-Faktor, auch wenn wir uns dafür nichts kaufen können, der war schon relativ hoch bei diesem Spiel und deswegen schreiben mir gerade schon die Leute Zebra of the Week und Spieltagsnote, das ist natürlich Wahnsinn, Leute, was ihr hier so reinschreibt, ihr dürft nicht vergessen, wir haben 3-2 verloren, kommen wir aber trotzdem mal drauf und Micha, ich würde dir die zumindest Entscheidungskriterie lassen, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich bin für beides diesmal gewidmet oder gewappnet. Ich kann gerne anfangen, ich würde gerne ganz kurz nochmal antworten auf das, was du gerade gesagt hast, weil ich sehe es anders, ich bin nicht der Meinung, dass Hagen Schmidt hier eine Teilschuld trägt, denn zwei solche Böcke, wie gesagt, die hat er mit Sicherheit so im Training nicht jedes Mal, sonst würde er ihn nicht aufstellen. Punkt 2, ohne Hagen Schmidt hätten wir so nicht Fußball gespielt. Wir haben, du hast es selber gesagt, seit Ewigkeiten, mal wieder seit 15 Monaten oder was, seit Hinrunde, Dorsten Lieberknecht, habe ich so ein geiles MSV-Spiel nicht mehr gesehen. Vielen Dank, Hagen Schmidt, der hat einen Plan, der hat eine Idee und die Spieler folgen ihm und wenn du Rolf Felscher vorher in der Pressekonferenz vor dem Spiel zugehört hast, die arbeiten hart, aber sie finden es geil. aber Fußball ist ein Ergebnissport. Hier Liga Spiele unter ihm, vier Punkte und schon zwei Niederlagen. Brauchen wir jetzt diesmal auch nicht kommentieren? Lassen wir mal so stehen. Ich soll dich nicht kommentieren. Es war ja kein Angriff in irgendeine Richtung, es waren ja einfach nur Hard Facts. Ja, und meine Prognose ist, wenn wir jedes Spiel so Fußball spielen, dann sind wir ganz schnell da unten raus. So schnell, wie wir angeblich auch nach zehn Spieltagen irgendwie im oberen Drittel stehen. Aber Stefan, wir haben zum ersten Mal guten Fußball gespielt. Habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Ich sage aber auch, wir haben trotzdem verloren. Ja, gegen eine Mannschaft, die auch da unten nicht hingehört. Genau. Ganz einfach. Falscher Gegner. Dann schauen wir mal am kommenden Spieltag, wenn wir dann zu Hause gegen Walther Mannheim spielen. Wenn wir so gegen Walther Mannheim spielen, sage ich, gebe ich dir auf die Faust, wenn da Fans ins Stadion dürfen, gebe ich dir auf die Faust die Versprechung, dass wir da drei Buden machen und das gegen drei uns gewinnen. Ich glaube aber auch, dass wir dann drei Buden kriegen, wenn wir so spielen. Aber egal. Jetzt, hör doch mal auf mit den Fehlern. Wenn wir so Fußball spielen wie in dem Spiel und die Fehler abstellen, ganz einfach, dann müssen wir hier vor niemandem Angst haben. Von niemandem. So, und jetzt fange ich an mit 10 auf dem Weg, oder was? Ja, fang mal an. Fang mal an, komm. Eigentlich müsste ich jetzt Hagen Schmitz sagen, mache ich aber nicht. Ich nehme Arsiz Buadus. Da, als ob wir es uns abgesprochen hätten hier. Da bin ich komplett bei dir, Arsiz Buadus. War für mich diese Saison definitiv sein bester Auftritt. Ganz klar. Hat sich mit seinem schönen Tor zumindest auch bedient oder belohnt, besser gesagt. Dann danach auch eine ganz weitere starke Aktion und sehr, sehr, sehr agil, sehr, sehr spritzig. Hat sehr, sehr viele Fouls gezogen. Musst du mal, muss mal noch mal gucken. Jetzt habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gesagt, ist ein abgewichster Hund. Würde ich mich in dem Fall wiederholen an dieser Stelle. Wäre noch schöner gewesen, wenn er das zweite Tor gemacht hätte. ansonsten glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr agil dort vorne und fühlt sich anscheinend genau wie der Torhahn ganz wohl, wenn es dann darum geht, mit zwei Spitzen aufzulaufen. Und der ist on fire, ne? Der ist on fire. Wenn die im Aufbau schlechte Pässe spielen, dann rastet der aus, ne? Genau, genau, genau. Also, tut uns gut. Väter, Assis, weiter so, Junge. Und dann wird es auch wieder. Nicht nur mit der Nachbarin, sondern auch mit dem Siegen und mit dem Tore schießen. Haben wir dann noch die Spieltagsnote, Micha? Und ich weiß nicht, ob du gerade zufälligerweise hin und wieder mal so in den Chat geguckt hast. Hier, der Sven Behrensen, der schreibt schon, Stefan mal, ganz ehrlich, du bist echt spitze im Negativreden. Unglaublich. Okay. Nur weil ich gesagt habe, vier Spiele, vier Punkte. Gut. Ich habe ja gesagt, Entertainment-Faktor, mega. Wir haben gut gespielt. Wie oft habe ich heute gesagt, wir haben richtig geil gespielt? Du musst dich ja auch nicht für deine Aussagen rechtfertigen. Ich habe mit Sicherheit ständig irgendwelche Aussagen, die den Leuten nicht passen. Dein Ansatz ist ja nicht verkehrt. Ich sehe es nur einfach in dem Moment mal anders. Spieltagsnote. Ich gebe hier die beste Note, die ich, glaube ich, jemals bei einer Niederlage hätte geben wollen und gegeben habe. Ich gebe acht Punkte trotz Niederlage. Weil er das Fußballspiel eine Zehn verdient, und zwei Mega-Böcke zur Niederlage führen, für die ich jedes Mal einen Punkt abziehe. Kann ich einfach nicht bringen. Kann ich nicht bringen. Ja, ich verstehe es. Für Niederlage acht fühlt sich auch komisch an, aber ich habe einfach diesen Impuls. Der Moritz Stoppelking schreibt zum Beispiel hier 9,5. Ich weiß jetzt auch nicht natürlich, was die Leute hier alle, ob die das jetzt ernst meinen oder nicht, ne? Aber 9,5 zu geben, was hättest du gemacht bei einem Sieg? Zehn? Also 0,5 mehr? Für zwei Tore mehr geschossen? Weiß ich nicht. Also in Relation. Nochmal, liebe Leute, damit jetzt auch kein Bla-Bla-Bla entsteht. Es war ein absolut geiles Spiel. Ich habe vor 50 Minuten gesagt, das war mit Sicherheit das Spiel in diesem Kalenderjahr, was mich am meisten von vorne bis hinten abgeholt hat. Am Ende des Tages steht eine 2 zu 3 Niederlage. und ja, blöd gelaufen am Ende des Tages. Ich hätte definitiv auch in ähnliche Kategorien gestoßen, wenn ich gesagt hätte, oh, das Spiel geht 2-2 aus. Dann wäre ich auch mit der höchsten Punktzahl, die es jemals hier gegeben hätte, für ein Unentschieden auf jeden Fall am Start gewesen. Ich gebe aber, ich bin noch ein bisschen am Schwanken. Ich glaube, ich mache es einfach, weil du hast eine 8 gegeben, dann gebe ich eine 6. Dann sind wir bei 7, um das Ganze jetzt auch nicht zu negativ herunterzuziehen. Wahrscheinlich hätte ich sogar vielleicht irgendwie zwischen 5 und 6 irgendwie was geben können. Aber ich glaube, mit deinem Ergebnis, dann pendeln wir uns so ein bisschen in der Mitte ein. Und es ist ja auch gar nicht verkehrt, jetzt schreibt der ein oder andere schon, dass wir ein bisschen kontrovers diskutieren, ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Davon lebt das Ganze ja auch. Wenn wir uns jetzt hier jedes Mal umarmen, dann wäre es ja irgendwann auch langweilig und am Ende des Tages halten wir mal fest, wir wollen alle, dass der MSV erfolgreich ist und da schnell es rauskommt. So sieht es aus. Und je mehr Zuschauer wir hier haben, die diskutieren, desto mehr kontroverser wird es natürlich auch. Ich bin halt ein Sportler. Und wenn ich war auch Trainer und so weiter und wenn ich mir das Spiel analysiere und ich sehe, wenn die Scheißbude da von Buradus zwei Zentimeter weiter rechts einschlägt, ein Freistoß von Stoppel vielleicht reingeht, was willst du der Mannschaft vorwerfen, außer den dicken Böcken, über die wir schon längst gesprochen haben. Deswegen geht das Ding an den Pfosten und dann rein, schießt Stoppel einen rein, dann gewinnt wir das Ding 4-3 und dann gibt dir jeder 10 Punkte, trotz der Fehler. Also der einzige Abzug, den ich hier gebe, sind die Fehler, die wir gemacht haben und jetzt lasst uns weiter so diskutieren, macht nämlich Spaß. Hauptsache drei Tore verloren und komm, dann ziehe ich mal einen halben Punkt ab. Egal. Komm, lass mich in Ruhe, freien Urlaub. Nein, alles klar. Ja, der Masi, der schreibt nur währenddessen hier, ich bin Essener, bin hier wohl fehl am Platz. Nein, Masi, jeder ist hier immer gerne gesehen. Natürlich nicht in der kommenden Saison, da seid ihr nicht gerne gesehen. Nein, Quatsch. Nein, schauen wir mal, wie das Ganze sich auch bei euch entwickelt. Ich weiß leider nicht, ob es heute noch was wird, denn ich bin kurz davor, meinen Flieger zu erwischen oder zu verpassen, gleich dementsprechend. Also ich kann dir leider nicht sagen, ob was hier heute noch regional hierhermäßig hinbekommen. Ist aber ein ganz anderes Thema. Also haben wir das Ganze hier mal dingfest gemacht, dass wir sagen, Assis Buadus, Spieler of the Week und, beziehungsweise Zebra of the Week, so heißt es ja, und die Spielnote beenden wir da mit sieben, was es so noch nie gegeben hat. Ja, dann haben wir es schon gehört. Geht es jetzt kommende Woche weiter. Waldhof Mannheim. Da wollen wir jetzt natürlich nicht in der Preview zu sehr drauf eingehen. Freitagabend, ne? Freitagabend. Müssen wir mal schauen, wie sich das auch coronabedingt so entwickelt. Ähm, Tja. Schauen wir mal, ne? Also die heute auch mit einem tollen Spiel. 3-3 ist es, glaube ich, ausgegangen, ne? Gegen Osnabrück. Macht wahrscheinlich auch Bock auf Fußball. Ist natürlich immer so eine Geschichte gewesen, wenn Waldhof Mannheim in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen ist. Stand eher so ein bisschen für Torwest Festival auf Seiten von Mannheim. Ähm. Auch Ort, auch dort, ne? Ja, genau. Auch dort. Also wird auf jeden Fall ein muntres Spiel, kann ich mir vorstellen. Vielleicht knüpfen beide Teams dann ans teure Schießen an. Schauen wir mal einfach mal. Und, äh, das Ganze ja dann am kommenden Sonntag hoffentlich, wenn wir es jetzt hier technisch hinbekommen, nicht nur live, sondern dann auch mit dir und dem lieben Simon. Kannst ja mal ein bisschen Werbung machen. Der eine oder andere fühlt sich ja schon hier betrogen, neben der Stefan immer so negativ ist. Ne, 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 Stefan. Also ich, äh, um das mal einmal zu unterstreichen, dass wir beide hier über die Dinge diskutieren, macht riesen Laune und wir sind selten genug anderer Meinung. Ist doch mal schön, wenn wir irgendwo mal in Teilen anderer Meinung sind und ich glaube, diese Gegenpole in Diskussionen, die machen eine Diskussion auch erst interessant, ne? Wir haben ja hier nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, 60, 70, 80 Leute im Chat, äh, um, um alle das Gleiche zu sagen, sondern um zu diskutieren, ne? Man, so ein Fußballspiel kannst du aus vielerlei, ähm, ähm, Sichtweisen analysieren und deswegen hervorragend gefällt mir sehr gut, dass wir hier mal wieder ein bisschen kontrovers wurden. Mit dem Simon rechne ich da mit, ich hoffe, der Simon hört das jetzt hier noch, lieber Simon, vielleicht müssen wir einfach mal irgendwie ein bisschen was anderes sagen als sonst, weil Simon und ich sind uns leider, leider sonst eigentlich immer sehr einig. Das könnte ein bisschen langweilig werden. Ich hoffe, wir werden auch nächste Woche mal ein bisschen kontrovers diskutieren, Simon. Ja, und dann grüße ich noch hier den Holger, Holger von Gersum, der ist auch hier am Start, der ist gefühlt immer bei jedem MSV-Spiel, auch immer auswärts, also egal, ob irgendwo im Osten, im Süden, im Norden, im Westen, der ist immer am Start. Von ihm hatte ich noch ein Video angefordert gestern, aber, äh, er schrieb mir, hör mal, ich war zu voll, um noch ein Video zu machen. Ja, ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Aufenthalt, lieber Holger. Grüße gehen auf jeden Fall raus, und dann wird's dann am kommenden Sonntag halt auch die Review diesmal von dir und von dem lieben Simon geben. Freue ich mich drauf, dies, ähm, von Lanzarote aus hören zu dürfen. Freue ich mich schon drauf und gucke natürlich trotzdem am Freitag das Spiel, ne, also da bin ich mal gespannt. Ja, Micha, was haben wir noch? Jetzt haben wir ein bisschen hier Kicktipp, ähm, ich möchte es gar nicht aufreißen zu sehr, machen wir einfach, ich glaube, ich hab gar nicht mehr getippt. Ja, machen wir einfach wie in den, machen wir einfach wie in den letzten Wochen, denn da hat sich zumindest ein bisschen was an der Spitze getan und zwar, komm, wir blenden's ein, machen wir für die Leute, die freuen sich ja trotzdem. Gehen wir mal so ein bisschen runter und gucken hier einfach mal, was hat sich so getan. Hier ganz unten, Sascha Kleinpass, der hatte mir persönlich noch geschrieben, der hat mich nämlich gestern auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, in Mörs, hat mich aber nicht angequatscht, weiß nicht warum, hat mich nicht, ja, vollends entlarvt, von daher, ich war schon so voll. Nee, nee, ich hab nichts getrunken gestern. 30 Plätze hoch auf Platz 40, Düsseldorfer 84, 36 Plätze hoch, der Rauschi, 21 Plätze hoch auf 33, genau wie der Keith Tuter, der Sonne, der Gewinner der Rückrunde vom letzten Jahr, auf Platz 32 auch ein paar Plätze hoch, Kellerkind, mein Kumpel, den hatte ich ja gerade angesprochen, auch 6 Plätze hoch auf 28, wollen wir noch eine große Entwicklung, eigentlich gar nicht mehr so großartig. Zebra weiß-blau, 31 Plätze hoch, hast du den schon gehabt? Wo? Da, Zebra weiß-blau, genau, 31 Plätze hoch auf Platz 27, sehr, sehr gut aufgepasst, Micha, und dann haben wir hier noch unsere Top 10, sage ich mal, das ist der Timo, 1902, 9 Plätze hoch, genau wie der Silent Rob, 1902, auf Platz 10 zu finden, der Riccardo auf 9, der Weinpapst und der Wechs auf 7, der Maik, unser Maik, der auch angekündigt hat, jetzt hier irgendwann zwischen, ja, Dezember und Januar mal am Start sein zu wollen, also liebe Leute, schon mal Aufruf dafür, ähm, ist einen Platz runtergegangen, auf Platz 6, hat nur 9 Punkte an dem Tag gehört, äh, geholt, ähm, nur der RWE auf Platz 5, das wäre es noch, wenn hier nur der RWE irgendwie in die Punkteringe kommt, liebe Leute, gucken, was nur der RWE Dritter wird, dann kriegt er ein MSV-Buch von Michael Törnis, oder kann man was Gutes lesen, der RWE-Fan? Genau, Prinz Poldi auf 4, Walter Frosch, also unser Walter, auf 3, und dann gab es einen Wechsel an der Spitze, und wir haben es schon, jetzt wochenweise gesagt, Zebra Himovic, die ganze Zeit, irgendwie da oben, gib Gas, Junge, lass nicht nach, aktuell nur auf Platz 2, nur, ne, in Anführungsstrichen, 6 Punkte, 196 gesamt, und der Schimanski, der Horst, der Götz, auf Platz 1, 197 Punkte, gesamt, natürlich, kein Spaß, sondern West in Peace da oben, lieber Götz, Schimanski auf Platz 1, Schimanski hat das doch gestört, Schimanski hat das doch gestört, genau. Ja, Micha, dann haben wir eine pickepackevolle Sendung jetzt hier gehabt, und ich glaube, wir können es schon mehr oder weniger fast dabei belassen, haben eigentlich alles so, denke ich mal, mit auf den Punkt gebracht, hatten heute ein paar unterschiedliche Ansätze, was ja gar nicht verkehrt ist, haben aber auch trotzdem natürlich vieles zurecht gesehen, halten wir mal fest, unterm Strich, bisschen unnötig, bisschen unglücklich, aus meiner, unserer Sicht zumindest, wenn wir es jetzt als 18, 60 Fans drehen würden, könnten wir es auch ein bisschen anders darstellen, hat aber nach wie vor sehr, sehr viel Bock gemacht, und ich glaube auch, der Weg zeigt nach vorne, oder die Richtung stimmt auf jeden Fall, in dem Fall, und lässt sich drauf aufbauen, auch wenn es jetzt blöd klingt, im ersten Moment, Niederlage ist gleich Niederlage, habe ich zumindest gerade auch Hardfact-mäßig angesprochen, vier Punkte, vier Spiele, wird dann aber hoffentlich besser, am kommenden Freitag, wenn Waldhof Mannheim zu Gast sein wird, und dabei würde ich es jetzt, belassen, und das Ganze in, ja, deine Obhut legen, denn für eine Woche gehört dir dann das Zepter, mit dem Simon zusammen, das haben wir gerade schon angesprochen, ist die erste Sendung jetzt, an der ich nicht aktiv teilnehmen werde, ist die 70. und, ja, wenn es gut läuft, dann freue ich mich, höre gerne zu, am kommenden Sonntag, und drücke erstmal, natürlich dem MSV am kommenden Freitag, die Daumen, gucke mir das Spiel auch dort an, und sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, supportet uns, also bitten alle, natürlich ein Like da lassen, ihr kennt das Ganze, kommentiert bitte auch mal, im Nachgang nochmal fleißig, also im Chat ist immer super, bitte nicht falsch verstehen, aber auch an alle, die morgen, übermorgen und die Tage zuhören, geht einfach mal rein, kostet ja nichts, einfach mal einen Kommentar lassen, und dann hilft uns das Ganze, ich sage, ciao, ciao, kommt gut durch die Nacht, bleibt auf jeden Fall gesund, und passt auf euch auf, nur der MSV, ciao. Stefan, ich wünsche dir, einen schönen Urlaub, ich wünsche dir, dass du mit Vokanausbrüchen nichts zu tun hast, ich wünsche dir, dass du gesund wieder zurückkommst, ich wünsche dir, ganz viel Sonne, ganz viel Erholung, und leckeres Essen, Spanien, leckeres Essen, guten Wein haben sie auch, und ein Sunday Girl, schmeckt in Spanien auch immer ganz gut, also ich wünsche dir einfach, eine tolle Zeit, hat wie immer Spaß gemacht heute, nächste Woche, wie gesagt, zu gleicher Zeit, hier mit dem Simon, und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze, ein bisschen kontrovers gebastelt kriegen, ansonsten, habe ich es gerade nochmal, in den Live-Chat geschrieben, bolzplatzlegenden.de slash mucki, ist die Adresse für einen guten Zweck, und ab Mittwoch ist die Folge dann, die Wimpeltausch-Folge dann auch online, ansonsten, lasst überall gerne ein Like da, uns hilft auch immer, also den Potbolzern auch, ja, uns als MSV-Podcast, hilft auch sehr, sehr ein Like, bei iTunes, das ist auch sehr, sehr hilfreich immer, für uns, ansonsten, habe ich eigentlich nichts mehr zu erzählen, bleibt gesund, passt auf euch auf, gerabt euch wohl, tschau, Ihr hört 1902, den MSV-Podcast, mit Micha und Stefan, die beiden sprechen für euch, über die aktuelle Situation, bei unserem Lieblingsklub, viel Spaß, aus.